Foodsharing! Foodsharing ist eine Initiative. Wir wenden uns gegen Lebensmittelverschwendung. Das heißt, wir werfen ganz, ganz viel Lebensmittel in Deutschland weg auf allen Ebenen. Und Foodsharing wendet sich eben gegen diese Verschwendung und baut Kooperationen mit Betrieben auf. Und wir haben jetzt hier ganz viele Lebensmittel mit dabei von der Firma My Couchbox. Und wir verteilen die heute. Die sind knapp über MHD. Wir verteilen die weiter, damit sie gegessen werden. Es geht nicht nur ums Retten, weil da sind wir wirklich am Ende der Kette. Wir möchten wieder hinkommen zu mehr Wertschätzung für die Lebensmittel. Also nicht nur auf den Preis achten, wie günstig sind Lebensmittel, sondern wo kommen sie her. Wer hat sie produziert? Was steckt dahinter? Sind sie fair produziert worden? Wurden Menschen dafür ausgebeutet? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Eigentlich der elementarste Punkt bei Foodsharing. Vielen Dank.